Unlock the friends, not this time. The furlings... It's their fault. Toll, jetzt wird's wieder dunkel. Brauche ich die Base? Da drüben irgendwo. Das LOX-Zeug holen wir uns auch gleich. Ich mache nun gleich eine Kiste fertig. Vielleicht. Oder? Machen wir eine Kiste? Oder ziehen wir uns hier einfach direkt zurück? Hier, bleibt da drüben, klar? Ich will nur zu meinem Haus. Weiß nur grad nicht, wo's ist. Hallo? Da. Da ist es. Wir können nach Hause. Wir können nach Hause. Ich lass mal, ich lade mal ein bisschen Zeug ab. Egal dunkel. Ich kann ein bisschen Zeit abladen. Ah, nie zu viel Zeug. Okay, dann lass ich nämlich auch die gleiche Silberpfeile hier. Weil die taugen eh nix. Oh, unsere Zwiebeln sind fertig. Ech. 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 So. Dann lassen wir die hier, dann lassen wir das hier, dann lassen wir das hier und das hier. Was brauchen wir drüben? Eigentlich auch noch nicht. Verlege ich noch. Hatte ich schon mal gut. Die lassen wir hier. So. Wie der das? Wollt? Dö. So, jetzt haben wir auch wieder das Zeug für unser Portal. Portal. Für alle Fälle, das behalten wir auch. Es kommt dann gleich wieder aufs Schiff. So. In dem anderen Ding hatten wir nicht. Bei unserem anderen Körper hatten wir jetzt nicht so viel, ne? Oh, meine Güte. Wir lassen auch noch ein bisschen essen da. Wir haben einfach zu viel dabei, gerade. Das lassen wir doch. Da wollen wir mal was mit. Hier lassen wir hier. Hier. Jetzt passt's. Okay. Beziehungsweise. Noch nicht. Off to bad. Ich zögere es gerade raus. Ich weiß. Es tut mir leid. Aber lieber so, als wenn man immer wieder überstürzt irgendwo rein rennt. Und sich wundert, warum man schon wieder eins auf den Deckel kriegt. Ich bin froh, dass ich gerade meine Sachen wieder habe. Und sie nach Hause bringen konnte. Jetzt müssen wir nur noch den Rest holen. Und den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Abkürzung. D angestoßen. Weiter geht's. Auf geht's. So. Essen, essen, essen. Mehr essen geht grad nicht. Moink. So. Das Lockzeug, was wir gerade erjagt haben, lassen wir am besten noch liegen. Wir holen jetzt einfach unser zweites Grab. Weil. Ah ne, das hatte ich jetzt schon entfernt. Das ist gut. Die lassen wir mal links liegen. Die haben sich jetzt wenigstens beruhigt. Die lassen wir wortwörtlich links liegen. Vielleicht hätte ich statt der einen Axt doch ne Keule mitnehmen sollen. Die sind gegen die Blocks besser. Und von hier aus könnte man dann wirklich wunderbar Richtung Ende der Welt fahren. Ja, gar kein Problem. Wo schwirrt denn der rum? Da sind die Blocks. Ich hab keine Peile. Blau. Ich bin. So da ist er. Mein Grab ist aber da. Gut. Wir holen unser Grab. Grab 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 Grab! Grab. Grab weiter. Ja, Glut. Da ist er wieder. Wie ausdauer ich's weg? Alle nehmen? Ich will vor allen Dingen die Pfeile. Nee, komm, komm, komm. Wir nehmen nur die Pfeile. Den Rest holen wir uns später. Okay? Den Rest holen wir uns einfach später. Peter. So. Den da. Den da. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm das auch raus. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Wir haben auch nicht mehr so viel, wo wir Deckung holen können, ne? Können wir nur von weitem schießen, gerade. Oh, Quox, ne? Hallo, Eugene! Willkommen bei uns! Wir versuchen dem König Haggat da gerade die Krone vom Leipzig ums vom Kopf zu reißen. Und da hinten kraucht er gut rum. Wenn er nicht mal angreift, ist gut. Yes, Bogenschießen leveled. So muss das sein. Wir haben wieder unseren guten Bogen. Wir machen nicht wirklich ordentlich Schaden. Nein, 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 nein. Pui, 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 pui. naja ich hab dich auch lieb nein wieso habe ich mich jetzt hingesetzt sag mal ist denn bin ich denn des wahnsinns nee nee blöde fliegen hoch noch und 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 Ja. Hat er irgendeine Schwachstelle? Nee, was? Au! Nicht so viele wie ich. Au. Nee, ins Wasser schieben. Einfach in den Sumpf rein oder so. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. 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 hard to do always on the move always on the move which rock anyway stop burping wo kommen die denn jetzt schon wieder her mosquitos ernsthaft sterbt gleich wieder mag euch nicht weg zwei von in einer backe ob der nicht schon schlimm genug ist gut mit aufzurücken ist eklig das war das gerade hinter uns ok willst du nicht anders denn das ist doch nicht deren fucking ernst ja der der darf sich verziehen das ist gut ich mag den loks nicht danke irgendwo eine ecke wo man sich mal eben kurz ausruhen kurz ausruhen der loks darf bitteschön da hinten bleiben danke schon fast totes super ok ich staune dass ich noch lebe auch so gut ist auch nicht anders auch so gut ist auch nicht anders What? Squidward on the chair? What? Ow. What chair? One percent there. No, ich mag hier nicht drinbleiben. Wie gemein. Dieses Loch war eine saudumme Idee. Das habe ich ja da mal hingemacht. Jetzt wird es mir eher zum Verhängnis, als dass es mir hilft. Hey, wenn man bedenkt, wie viele Pfeile wir an den schon verschossen haben. Und der ist, was, ein Fünftel runter? No. No. Aber ich glaube, so weit hatten wir den noch nie bisher. Muss ich sagen, die Forstpfeile sind echt Gold wert. No, 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 no. Das Ding hier kracht wahrscheinlich auch mal zusammen. Ich glaube, unser... Ja, nee, nee, noch nicht ganz. Wir haben noch welche. Ja! Wo kommt die schon wieder her, du blödes Ars? Ah, den Bogen muss ich bald reparieren. Verdammt. Ich hätte einen Ersatzbogen mitnehmen sollen. Ja, hier ist ja bald... Obwohl, wir haben noch einen, wir haben noch einen. Blöder. Wenn wir wenigstens Friendly Fires untereinander hätten, ja, dann wäre das mit den Vorlegen gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Warte mal, heiltrank, heiltrank. Eben bin ich ja auf die Nerven da hinten. Ich muss kurz... Uah! Umfüllen. Wenn der Bogen immer einmal ist, haben wir dann hilft da halt nix, dann müssen wir den Nahkampf, ne? Silvia misused her pets. Ich weiß, dass sie nicht so lange dauert. Ich weiß, dass sie nicht so lange dauern, aber ich bin eigentlich nicht so lange, um andere Menschen zu machen, um meine Arbeit zu machen. Du könntest das sagen. Boom! Nicht? Wo ist er denn? Oh Gott Was ist los? Fehlen dir deine Einhörner Oder was ist das passiert Wenn man dem sprechenden Schädel Nicht seinen Alkohol gibt Still she used her Wolves and the Loxes, right? I don't have either of them All I can do is Run around And squeaking And squeak And hopefully get another bow Oh, where's my grave? There's my grave That's true Therefore We both Do have our We have our tactics Let's just say that I just Still I couldn't Just Ow Whoa Whoa It already took me so long To find that guy That Yagluf It just took So Long And Gas Nur für alle Fälle Nehmen wir das gleich mal mit Halfways Almost A third One third of it is gone Immerhin Und wir haben noch einen Ersatzbogen Der zwar nicht ganz so viel Schaden macht Wie unser eigener Und die Frostbreite sind auch bald alle Aber Wir kriegen den schon irgendwie hin Auch nicht Ich muss nur an meinen Grab ran Und ich glaube das wird jetzt gerade die größte Herausforderung Ans Grab ranzukommen ohne dem irgendwie zu begegnen Oder irgendwelchen anderen Viechern Uch So hier ist der Lox gefallen Okay He might heal Then what Um I gotta fight longer I just will fight longer There's nothing else to do Just fighting Until one hour Until Aiva I really rage quit Which will not happen Or he will rage quit Oh He's He's Protecting my grave Hasshole I hate you He didn't heal Not that much At least Ich sterb gleich wieder In meinem Mieder Ach verdammt Okay Yeah He just Oh you again Okay He really likes us Is this abends oder morgens? Hallo Ah Is this abends Wir kriegen den schon Wir schaffen das Ich bin mir ausgeruht Gemütlich 7 Wir müssen hier oben definitiv noch mehr dekorieren Ansonsten wird das mit der Gemütlichkeit irgendwie nix Weil hier haben wir doch wesentlich mehr So Essen 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 Sagt sogar der Charakter Nicht schlecht Auf geht's Zurück in den Kampf We died a lot last time too No worries Now he might have healed Because we slept Jetzt wird er sich wahrscheinlich ein bisschen geheilt haben, weil wir geschlafen haben Aber gut, dann ist das so Ich hoffe nur, wir begegnen nicht wieder irgendwelchen Mücken, sonst bin ich tot Da ist einer Nee Ich hasse Mücken Aber das ist die einzige jetzt hier weit und breit Da ist ein Vogel Da ist ein Vogel Das ist okay Da ist Jaglut Das ist auch okay Das ist ein Vogel Das ist nicht okay You buy me the game I could distract him by running around like a chicken without a hat in panic So Oh, warum ist da jetzt ein Loks No Nein Böse So, welches von den Gräbern ist jetzt das volle? No No No, 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 no Ist es das oder ist es das? Wir sind ein bisschen weiter nach hinten gerannt, ne? Ja, das ist es Ich trage zu viel Gleich nicht mehr Ich muss mich anziehen Aber ich muss mich jetzt mal verstecken Wir verstecken uns hier Wir gehen in die Hocke Wir gehen alles an Ich bin schnell Oh, wir haben zwei davon Kann ich beide tragen? Kann ich denn noch mehr tragen? Ja, was wollen wir mit den Steinen? Was zum Henker? Wieso habe ich die Steine in die ganze Zeit? Ja Ich bin nicht da Bin ich da Wieso hat der sich so toll geheilt? Das ist gemein Ah Hauptsache der Loks kommt nicht nochmal Da ist er Nein Pui 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 Piu 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 Ja, du kotzt mich wirklich an Das ist richtig sind wir da sind ich bin schon wieder fest ich bin schon wieder fest wohl wenn er ins loch fällt passiert dann was er mag das loch nicht ich werde laufen und läuft mir weg kann ich nicht deutscher trank das ist der falsche das war der bogen ich bin schon wieder fest 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 ich bin schon wieder fest